Hallihallo Leute, willkommen zurück zur mittlerweile schon 75. Folge hier im Redstone World Freizeitpark zusammen mit Josef und einem herumhüpfendem Pferd. Wie ja! Nein, ihr seht schon, wir sind hier fleißig dabei an unserem Kran für unsere Wasserrutsche bzw. Wildwasserbahn zu arbeiten. Und Josef ist hier gerade an den Teilarbeiter machen. Ich habe gedacht, wir machen heute jetzt hier einmal alles fertig, sodass wir hier das nächste Fahrgeschäft an unser Wegesystem angeschlossen haben. Und was jetzt noch fehlt, wir haben hier auf der Seite theoretisch die Möglichkeit, relativ schwere Gewichte dran zu hängen, ist natürlich ein Gegengewicht, was wir hier auf der Rückseite machen. Und das wollte ich jetzt einmal machen, bevor wir uns dann gleich in Ruhe hinsetzen und Stück für Stück hier dann einmal die restlichen Sachen des Fahrgeschäfts fertigstellen. Was machst du jetzt, Josef? Im Detail, aber jetzt ein bisschen gucken, dass man es hier alles ein bisschen nett schön macht. Schön macht? Verunstaltet meinst du wohl, der Erf? Ja, du kannst mich mal. Ja, 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 so geht der Josef hier um mit Leuten, die hier nett sind und sich opfern und sich bereit erklären zu helfen. Oh Mann, hier geht es immer ab in der Redstone World, muss man sagen. Ja, das kann man auf jeden Fall sagen. So, wir hängen jetzt mal jetzt noch ein bisschen an Gegengewichten ran. Wir müssen mal schauen, dass es irgendwie nicht zu ganz so doof aussieht. Wir machen es jetzt mal so. Aha, aha, aha. Janus, wie würdest du denn diese beiden Seiteneingänge gestalten? Die Seiteneingänge? Ja, hier die rechts und links vom Kran. Was meinst du dort, wo es da in die Höhle geht? Also, das schwarze hier? Mhm. Da würde ich noch mal so passen. Ja, ich weiß nicht, ob ich hier den Eingang, ob ich hier noch so ein bisschen Holz mache oder noch so einen Zaun drumherum mache. Ich weiß nicht, ob das so schön aussieht. Wir können gleich mal schauen, wir können gleich mal schauen. Ich würde es nicht zu auffällig machen, auf jeden Fall. Sonst ist das alles so ein bisschen zu krass, beziehungsweise zu auffällig. Lass uns aber mal kurz, ich mache mal kurz das hier fertig, Josef, dann können wir gleich nochmal schauen. Machen. Machen wir auch so, okay? Machen. Machen ist mal gut. Machen bringt Menschen voran. So. Was, wie kommst du denn da rauf? Weiß nicht. Habe ich irgendwo in einem chinesischen Kalender gelesen. Einen Glückskeks gehabt? Die guten Weisheiten aus dem Glückskeks? Ja. Wer kennt sie nicht? So, wir müssen... Ich glaube, irgendjemand hatte schon mal etwas, wo dann drin stand, im nächsten Glückskeks finden sie die Antwort auf all ihre Probleme. Und im nächsten Glückskeks stand dann, in ihrem letzten Glückskeks gab es die Antwort auf all ihre Probleme. Unendliches System sozusagen. So. Oh. Dein Pferd ist verendet. Was? Echt? Es hat sich von alleine gelöst, aus Versehen. Genau. Josef hat jetzt hier erstmal das Pferd in den Tod gestürzt. Nein, nein, nein. So sieht's aus. Nix da. Doch. Genau so sieht's aus. Nein, 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 nein. Ich mache nur sauber. Nur sauber hier. So. Oh. So. Ähm, ja. Wir sagen die ganze Zeit so, weil wir haben überlegt, was wir nicht sagen wollen. Äh, was muss ich sagen? Ah, okay. Okay, so. So. So, 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 so. Ähm. Was machen wir denn jetzt hier schönes hin? Ja, das ist... Ja, warte mal kurz. Ich will das, ich will das jetzt einmal kurz fertigstellen, dass wir, äh, zumindest den Kran jetzt hier soweit haben, dass, dass der fertig ist und die Zuschauer das sehen können. Die Zuschauer können sehen, welch... Ein Wunder ist geschehen. Sie können sehen. Sie können sehen. Oh mein Gott. Und hier können wir nochmal so eine Stütze drüber bauen, die bis nach hier vorne führt. Machen wir die hier nochmal so einen Ticken dicker und da passt das, denke ich, ganz gut für so einen Kran, der hier einfach rumhängt. Was jetzt noch fehlt, sind natürlich noch so ein paar Details. Wir nehmen uns jetzt nochmal so ein paar, äh, wie heißt es, Leitern und die setzen wir jetzt hier nochmal an ein paar Stellen dran, dass wir einfach das Holz so ein bisschen vom Look aufbrechen. Hier nehme ich jetzt nochmal kurz, bevor wir das machen, so ein paar Trapdoors, die hier weiter lang gehen. Das haben wir ja auch vorne gemacht und dann sieht das, denke ich, doch schon mal ganz passend aus. Das wird jetzt hier geschützt. Zack, zack, zu machen, zu machen. Hier auch nochmal, dann verkleiden wir die Holzelemente nochmal und dann haben wir hier auch so ein bisschen mehr Struktur drin, mit den Holztönen, wenn die alle so eintönig sind, sieht das sonst doof aus. Ich denke mal, dass es so aber passt. Jetzt sollten wir nochmal mit den Leitern hingehen, nochmal ein wenig das Holz von der Farbe aufbrechen. Hier ist natürlich ein bisschen doof, dass wir jetzt die Holzfarbe genommen haben. Wird aber, denke ich, auch in Ordnung gehen. Das setzen wir jetzt einfach mal hier lang, als wenn man hier entlang klettern könnte. Auf die Seite müssen wir nochmal schauen, was wir machen. Das machen wir jetzt mal zu. Innen drinne schaut wahrscheinlich eh niemand rein. Das ist ja eher ein Design-Element, wie das ja öfters bei den Freizeitparks ist. Ich hatte nochmal ein bisschen geschaut, Josef, auf meine alten Bilder vom Moviepark, wo ich da letztes Mal war. Da ist ja auch super viel so gefühlt wie in so einem Filmset aufgebaut. Was ist sowas von? Alles Kulissen, gefühlt halt nichts echt. Aber das ist so und geht in Ordnung. Dann können hier die, wird hier das Seil entlang gehen? Doch, doch. Ich glaube, der Kran sieht so vollkommen in Ordnung aus. Da können wir, denke ich mal, mit leben. Hier sollten wir auch nochmal so ein paar Elemente mit einbauen. Das ist auch hier unten vom Farbdome passt. Und dann scheifen wir mal Josef ein Stückchen, dass wir das alles fertig bekommen. Hier setzen wir jetzt nochmal ein paar Leitern dran. Die machen den Look nochmal ein bisschen besser. Dann nehmen wir hier nochmal ein paar Stein, beziehungsweise ich glaube Holzknöpfe können wir besser nehmen. Setzen die hier so ein, dass es passt. Und dann sind wir auch schon, denke ich, ganz gut dabei. Wir können jetzt nochmal ein bisschen Heu und Fässer nehmen. Dann haben wir das Gelände hier aufgewertet. Und dann machen wir den Übergang. Barrels nehmen wir auch nochmal. Was haben wir denn sonst noch an Arbeitsblöcken, die hier eventuell hinpassen? Wir könnten so ein Anvil, nochmal so einen leicht kaputten Anvil hier hinsetzen. Und die anderen Arbeitsblöcke passen so nicht wirklich hin. So ein Grindstone könnten wir nochmal nehmen und den hier hinsetzen. Und gucken mal, wie das aussieht. Ja, die kann man nur in zwei Richtungen setzen. Ist aber nicht schlimm. Setzen wir hier nochmal so was hin. Hier so ein Anvil. Und dann füllen wir das hier einfach mal so ein bisschen auf. Warte, machen wir so. Zack. Und dann geht das schon einigermaßen, würde ich sagen. Dann sieht es wirklich so aus, als wenn hier ein Lager wäre. Auf die andere Seite setzen wir jetzt hier einfach mal so ein paar Kisten, die hier gestapelt werden. Da kann dann Bier oder was auch immer drin sein. Und dann können wir mal gleich den Josef fragen, was er hier zum Design sagt. Was machst du da, Josef? Ich baue ein kleines... Also ich möchte so ein paar Easter Eggs und nette Sachen einbauen. Ja. Und ich dachte hier an Folgendes. Mal gucken, was du davon hältst. Und zwar hier so einfach so ein Stein mit einer Druckplatte. Und wenn ein Spiel da drauf geht, dann... Schlecken willst du ihn nicht ein? Nee, nee, nee. Dann fängt es im Moment an, hier zu regnen. Okay, das finde ich lustig. Warte mal. Und dann würde ich... Setzen wir mal ein paar normale Steine mit rein, Josef. Und dann wirkt das dadurch, als wenn tatsächlich... Das ein bisschen natürlicher aussieht. Und hier machen wir uns jetzt nochmal so ein paar Slaps und Stairs. Und dann machen wir auch den Übergang hier hinten zum Kran ein bisschen besser. Und dann haben wir es, denke ich, vom Look auch schon mal dann ganz gut. Schade, dass es von denen hier nicht die verschiedenen Typen gibt, muss man sagen. Was meinst du mit Typen? Ja, Schisselt und Mossy. Ja, das wäre cool. Von den Slaps und so. Dann könnte man es ein bisschen schicker machen. Aber ist halt, wie es ist. Man muss leben, was da ist. Eventuell wird es nochmal in irgendeiner zukünftigen Minecraft-Version. Geben. Wie weit bist du denn beim Innenausbau, Josef? Fertig. Fertig? Also, so mache ich nicht mehr. Meinst du, das geht so in Ordnung? Es wird so akzeptiert? Ich gehe immer schwer davon in Ordnung, dass es akzeptiert wird. Ja, ich denke mal, bei den Fahrgeschäften, die drinne, müssen wir jetzt auch nicht übertreiben. Das wird schon passen. Höhlen und so müssen wir nicht ausleuchten, ne? Nein. Und das spawnen wahrscheinlich eh nicht, beziehungsweise werden wir hier nicht in der Welt haben. Dann müssen wir nochmal ein bisschen begrünen. Aber nur mit, ähm, den Fahnen, Josef. Weil sonst... Nicht mit... Nein, nicht damit. Das ist voll unnatürlich für das Biom. Äh, wir müssen jetzt gleich die Blumen wieder wegnehmen. Nein, das Gras ist auch voll unnatürlich. Echt? Das gibt's hier nicht viel. Es gibt hier immer nur... In dem Biom gibt's nur Fahnen. Und, äh, Groß und Fahnen. Ein bisschen. Ich glaube, ein bisschen ist nicht so ganz schnell. Aber gut, dann setze ich ein paar Ferns. Und die Blumen und alles muss hier... Ach komm, wir machen's nochmal komplett weg. Das sieht sonst zu unnatürlich aus, alles. Zack, zack, zack. Du kannst aber erst wirklich nur Fahnen, Groß, Klein, Abwechseln setzen, Josef. Dann sieht das so aus, wie es auch normalerweise ist. Zack. Ich überlege gerade, ob man da draußen ist der Eckzug gemacht. Also, ob wir mehrere solche Punkte haben, wo es ein Easter Egg gibt. Ja, das hatten sich die Zuschauer ja auch schon mal gewünscht, dass es eine Art Schnitzeljagd noch gibt. Aber die würde ich erst ganz, 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 ganz zum Schluss des Projektes machen. Ich würde folgendes machen. Ich würde quasi, dass man ein... Wir werden einen Stand machen. Da bekommt man ein Buch. Und im Buch gehen dann ganz viele Hinweise auf verschiedene Locations. Und zum Beispiel, du bist ja das Buch quasi, es gibt da ein kleines Plateau der Nähe eines Gerätes, mit dem man Dinge verschieben kann. Ja. Und es scheint, es zu regnen. Und so gibt es so einen quasi Hinweis. Und man geht dann hier drauf und dann hat man quasi dieses Easter Egg gesammelt. Und wenn man alle Easter Eggs sammelt, gibt es eine kleine Belohnung. Und alle Easter Eggs sind durch irgendwelche Tipps verborgen. Manchmal sogar sind das Folgetipps, wie eine Schnitzeljagd. Also man muss quasi irgendwie zehn Easter Eggs finden. Und das ist quasi eines der Easter Eggs, was man finden muss mit dem Regen. Ja, ich denke mal, das wäre ganz interessant. Sollte aber durchaus eine der Sachen sein, die man zum Schluss macht. Ja. Aber ich würde quasi während wir das Ganze... Naja, ich würde es nicht zum Schluss machen, Janus. Ja. Ich würde während wir bauen immer mal wieder so ein Easter Egg einbauen. Und die ganzen treuen Zuschauer, die hier die Projekte verfolgen, haben dann die Möglichkeit, auch die Easter Eggs leichter zu finden. Meinst du, sollen wir so machen? Mhm. So nett sein. Ich werde immer wieder so ein paar kleine Mini-Easter Eggs einbauen. Das ist jetzt eines von diesen Easter Eggs. Es ist quasi, hier sind Mossy Stones und es regnet. Und deshalb sind die auch immer Mossy. Ja, okay, okay. Das können wir machen. Da können wir echt so kleine Rätsel entwickeln mit den Zuschauern. Vielleicht auch mal in den Streams zusammen. Dann sind nämlich die, die da sind, kriegen das auch mit. Und dann sind das auch Sachen, die wir vielleicht nicht immer so verraten. Nö. Definitiv nicht. So. Doch, das sieht ganz gut aus. Gefällt mir eigentlich so. Das Geschäft, Fahrgeschäft, wenn ich das jetzt so sagen darf. Danke. Warte mal, wir tauschen jetzt noch mal so ein paar Kleinigkeiten aus. Wir machen hier mal ein dunkleres Glassplane rein. Nicht den durchsichtigen Josef. Dann passt das auch ein bisschen besser zum Ding. Dann sieht man das auch. Zack. Boah. Wichtige Detailarbeit. Ja. Ey, ich habe die ganze Zeit einen Aufwurm. Wovon? Da, da, da. Da, da. Da, da, da. So. Hier können wir jetzt auch noch mal ein bisschen Licht mit reinhängen. Das ziehen wir jetzt mal noch. Da, da, da. Lebt denn der alte Holz? Nein, er lebt nicht mehr. Ja. Hey, warte mal. Irgendwas habe ich jetzt hier gerade falsch gemacht. Jaja, was habe ich hier falsch gemacht? Das war so. Es ist allgemein eine Antwort, die auf sehr vieles, was du machst, gültig ist. So. Doch, das sieht gut aus. Das gefällt mir sehr. Jetzt hängen wir hier oben nochmal einen rein, dass wir hier noch so ein bisschen Lyscht mit reinbekommen. Ja, Lyscht. Ja, ist der Horst Lyscht da hier, oder wie? Genau, mit Klopapier zu Bares Ferraris, ne? Dann haben wir es auch von der Beleuchtung hier ganz gut gemacht. Gefällt mir ganz gut, würde ich sagen, Josef, das Fahrgeschäft. Yes, ich gucke jetzt mal gerade, dass ich das Ding... Hier fehlt noch ein bisschen was an Beleuchtung. Aber das sieht schon mal gut aus. Dann kommt man hier rein und kann dann hier, wenn die Boote entlang fahren, direkt reinhüpfen. Janus, kommst du mal ganz kurz hier hin? Ja, das ist eine sehr gute, präzise Aussage, die es mir ungemein erlaubt, dich zu finden. Kommen Sie mal bitte hier hin. Bleib mal hier stehen, bleib mal kurz hier stehen. Wir müssen eben warten, bis die Technik sich anhalt. Ja. Habe ich das Gefühl, dass das Boot da vorne sich nicht mehr bewegt? Ja. Gibt es das für einen Grund, oder? Ich habe nur die Glassachen ausgetauscht, aber das wird ja wohl nicht das sein. Nein, das ist der Fall gewesen. Echt? Ja. Ja. Was für Glas war da vorher? Durchsichtiges, aber es ist kein Unterschied. Doch. Ach so, du hast wahrscheinlich detectet, welches das ist und dann langsamer gemacht. Okay, okay. Dann müsstest du es einmal bitte ändern. Ach, du bist doof. Okay, Black Glass. Also definitiv Black, ne? Ja. Black Glass Pane. Dann passt das. So, jetzt nehmen wir hier nochmal ein wenig was von den Spruce Saplings und von dem Bone Meal und setzen das hier hin und das können wir hier auch nochmal. Okay, also du müsstest jetzt mal zu mir eben kommen. Warte. Warte, wo bist du denn? Warte, warte ich hier. Ja. Jetzt bin ich auch gespannt, was du sofort. Warte, wir müssen eben warten, bis die Technik anhaltet. Die Technik schaltet sie von alleine ab und du musst eben warten, bis sie sich von alleine abschaltet. In drei, zwei, eins. Okay, jetzt hat sie sich abgeschaltet. Okay. Janus, könntest du jetzt einmal... Warte, warte mal kurz. Eben hier. Ich bin gespannt, ob die Technik angeht. Das Geräusch höre ich. Ja. Ja, hat funktioniert. Okay, alles klar. Wunderbar. Genau, das Boot geht an. Das ist wie, ihr seht, während man hier runterläuft, so schon ein Boot vorfahren. Ja, perfekt. Das heißt, wir werden hier auch keinen Stau an Personal oder ähnliches haben und den Austritt der Fahrt, den werden wir, denke ich, mal an eine andere Stelle bauen, Josef, ne? Ja. Können wir eventuell unterirdisch machen, dass die da mit dem Wasserfahrstuhl oder so nach oben befördert werden. Ja, Black Stained Glass Pain. Okay, jetzt müsste sich das Boot wieder bewegen, ne? Ja. Ja, bewegt sich. Perfekt. Gut. Josef, weißt du, was noch fehlt? Ne. Natürlich, das Wichtigste fehlt noch. Wir müssen eigentlich jetzt mal die ganzen Essens- und Fressensboden, die wir gebaut haben. Oh, ich überlege gerade, Janus, wäre es nicht schön. Stopp, 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 warte mal, bevor du weiter designierst. Die würde ich lassen, die Sachen hier. Gut. Wäre es nicht schön, Janus, wenn man hier links hinter dir, hinter dir. Ja. Ob man nicht hier so einen kleinen Felsvorsprung macht, eventuell, so ein bisschen in dem Design von dem und hier so einen kleinen Rastplatz einbaut, dann bauen wir hier links ein paar Fressboden hin. Ja, können wir so machen. Dann lass uns das mal überlegen, wie das aussehen wird und was wir uns dazu überlegen, das werdet ihr entsprechend morgen in der Folge bei Josef sehen. Wir starten damit jetzt gleich direkt bei Josef. Ich bedanke mich an der Stelle und sage bis morgen zur nächsten Folge oder übermorgen hier zur nächsten Folge der Redstone Royale zusammen mit Josef. Ciao, Leute.